Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Punktlandung. Flo hat richtig Bock. Wir haben einen Magneten und einen Magnethalter und müssen das dann auföffen. Mit einem Wurf. Drauf. Ah, nein. Es ist unter den Schrank gerollt. Wir kriegen das hin. Äh. Wir kriegen das nicht hin. Äh. Pause. Umbaupause. Ja, gut. Wir haben es wieder. Äh. Und ich versuche es auch noch mal. Ha! Nicht verloren! Oh, verdammt. Freut euch über die kleinen Dinge. Er ist immer noch der Einzige, der jemals eine Punktlandung geschafft hat. Wuh!